Hi Leute, ich bin immer willkommen bei Alles in My Gaming. Also, in Tukapuka gibt es jetzt ein neues Update. Und zwar gibt es das Downtown Loft. Das neue Ding in dem Home Design. Das ist richtig cool, weil letztens haben wir immer nur bei den Home Designers so Packs bekommen. Also keine neuen Häuser. Und endlich, endlich haben wir ein neues Haus bekommen. Wir haben schon Packs los bekommen. Überraschenderweise ist es sehr schnell gekommen. Normalerweise kommen die sehr spät in Deutschland und so. Deswegen bin ich sehr fröhlich und sehr überrascht. Ja, und ich würde sagen, wir zeigen erstmal alles. Ich baue mit euch auch noch das Haus. Hier ist es auch noch schon. Aber wir wollen noch nicht zu viel sehen. Wir wollen noch nicht zu viel sehen. Ja, und Tukapuka ist jetzt auch noch so Valentinstag. Ja, und auch hier. So, wuuu. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach an. Aber erst haben wir nochmal einen Channel. Ich hoffe, es sind drei Sekunden. Meinen Kanal abonnieren und das Video zeigen. Ein, zwei, drei. Wenn ihr es geschafft habt, schreibt Downtown in die Kommentare. So, aber jetzt geht es wirklich los. Ich habe das Haus schon mal gebaut. Ich habe aber noch nichts reingebaut. Ich habe es auch schon mal ausgeleert. Also können wir dann zusammen alles angucken. Na, weißt du was? Ich losche es erstmal. Hier nochmal gucken, weil in jedem Haus werden da schon ein paar Sachen reingemacht. Ich habe versucht, hier so hinzumachen, als ob es so ein Platz ist, wo so Appartements sind. Sieht eigentlich noch ganz normal aus. Und dann ist da halt ein Poolhaus. So, erst dachte ich noch, das wären Zweistockwerke. Aber leider ist es nur eins. Das ist schon okay. Das ist schon okay. Hier sieht es schon mal aus. Sehr dunkel hier drin. Aber ist schon sehr groß. Und es hat halt mal gekommen. Und das ist ziemlich cool. Ja, warte mal. Es hat nicht wirklich sehr viele Räume, aber viele große. Ja. Ehrlich gesagt, ich meine es mehr, wenn es mehrere kleine sind. Weil größer ist es halt schwer zu dekorieren. Ich werde am Ende des Videos nochmal bewerten. So, ich mag aber hier die Fenster und auch noch, dass man da so rausgucken kann. Okay, wir gucken uns erstmal hier an. Fangen, okay. Wir fangen erstmal an. Erstmal allem wegmachen und uns erstmal das hier so angucken. Also hier haben wir schon mal eine Dusche. Okay, okay. Ich habe noch gesehen, die haben so ganz viele Röhre irgendwie reingemacht. Ich ehrlich gesagt mag das nicht so, weil ich würde jetzt nicht wirklich freiwillig in mein Haus so Röhre reinmachen. Und dann gibt es, denke ich, noch Wiese hier. So, da kann man die Wände so kaputt machen. Wie gesagt, ich freiwillig würde lieber Wände haben, die nicht kaputt sind. Ja, aber egal. Trotzdem süß. Vielleicht, wenn man das so irgendwie so einen Abandonedplatz vielleicht irgendwie für so Halloween macht. Dann wäre das vielleicht noch cool. So, also hier gibt es also schon mal so eine Dusche. Ich mag diese ehrlich gesagt sehr doll. Wir hatten die auch nochmal bei diesem Modern Mansion Ding. Ich mag endlich, dass wir eine haben, die so ähnlich aussieht, aber nicht Gold ist. Weil das Golde mochte ich nicht so doll. Aber ich denke, ich nehme das originale Haus. Weil, also das ist die Dusche von dem originalen Haus. Hier gibt es so eine Toilette. Die sieht okay aus. Warte, ich weiß noch nicht mal, wo ich die platzieren soll. Und dann hier. Das sieht auch okay aus. Also diese zwei sind schön. Dann wir legen die erstmal dahin. Okay, gut. Und mal schauen. Ich denke, es gibt hier keinen neuen Spiegel. Oder ist das denn so? Ich weiß es nicht ganz genau. Okay. So, weiter geht's. Weiter geht's. Hier, wir haben auch endlich eine Waschmaschine. Wir hatten noch keine. Immer hab ich dann immer so, dann bin ich nach hier gegangen. Dann hab ich das da benutzt. Ist ein bisschen komisch, aber das haben ganz viele Leute benutzt. Und endlich haben wir eine Waschmaschine. Es hat gedauert, aber wir haben es endlich. So, vielleicht. Ich denke, was cool gewesen wäre, wenn noch so ein Mini-Raum wäre. Vielleicht Platz für eine Waschküche oder so. Weil bestimmt werden das ganz viele Leute machen. Und ich will unbedingt die irgendwie reinbauen. Also muss ich es ja hier machen. Die Tische. Ich dachte, vielleicht könnte ich nochmal irgend so einen Schrank oder eine Tische machen. Weil nochmal Pflegeprodukte. Aber ich denke, ich mach mal einen Schrank hin. Ah, die Schränke sind cool. Also es gibt hier so einen Locker. Und das wird bestimmt cool, um vielleicht so eine Schule zu bauen. Wir hatten eigentlich schon einen bekommen, aber war pink. Ja, und das pink sah nicht so gut aus. Ich denke, das blau sieht ein bisschen realistischer aus. Also das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Aber ja, hier haben wir schon mal ein paar Aesthetik-Sachen. Ich mag die Farbe auf jeden Fall sehr doll. Wasch, wir benutzen dann, ich denke, hierfür könnten wir... Oh, ich habe mal gesehen, was Leute machen. Die machen dann so hier. Oh, das wird so cool aussehen. Hier, die machen dann das so hin. Und es sieht so aus, als ob da unten noch so Platz ist, um Sachen hinzumachen. Ich habe es jetzt ein bisschen ungerade gemacht, aber das ist schon okay. Das sieht gut aus, Leute, glaub mir. So, jetzt machen wir noch hier hin. Und jetzt wüsste ich nur nicht, wo ich die Toilette hinmache. Kann gut sein, dass die ohne Toilette überleben müssen. So, warte. Ich mache das mal hier nochmal hin. Toilette habe ich nämlich gerade klein, klein. Kein Platz für. Okay, gut. Äh, ich stelle jetzt mal... Da, das wird schon gehen. So, mal schauen. Gibt es irgendwas Neues hier? Da gibt es leider nichts Neues. Ja, hier haben wir schon geguckt. Und Mülleimer, der auch schön aussieht. Ich mochte die anderen Mülleimer ehrlich gesagt nicht so doll. Also, das ist schon mal cool. Und ich hole jetzt erstmal nochmal hier vielleicht... Uh, das sieht cool aus. Um dann vielleicht noch ein paar mehr Sachen hinzumachen. Und dann so Tücher. So, also richtig einrichten, denke ich, werden wir später machen. Und hier, die mag ich auch. So sportlich, sportlich. Aber ich denke, ich mache nochmal diesen Teppich hier rein. Der kommt von Modern Mansion. Und natürlich brauchen wir noch Licht. Sonst wird es sehr dunkel. Okay, ähm, vielleicht... Uh, die sehen wirklich schön aus. Oh, die mag ich. Die erinnert mich so an LOL. Da hatten die auch so eine Lampe. Genau so eine. Nur die, denke ich, war so schwarz oder pink. Aber das müssen wir unbedingt benutzen. Die sieht richtig cool aus. Mal schauen, jetzt mal meine Pflanze. Uh, die sehen auch schön aus. Ich mag diese. Oh, die ist cool. Warte, das muss ich erstmal zurück machen. Nur, da habe ich mir nicht wirklich Platz. Also nehmen wir, äh, diese. Können wir einfach da oben hinstellen. Oder nochmal die von den Gudetama. Ich liebe diese Pflanze so doll. Mal schauen, ist da hier irgendwas? Uh. Okay, da gucke ich mir später nochmal ein bisschen. So, also Bad ist mal fertig. Ähm, die kleinen Sachen werde ich später reinmachen. Wir machen mal hier weiter. So, also ich würde sagen, hier kommt dann so ein Schlafzimmer hin. Für so, äh, ja, einfach ein Schlafzimmer. So, also die Betten, die wir hier haben, ist wieder so ein sportliches Bett. Sportliches Bett. Ein Bett, das Bett macht sehr oft Sport. Wie man sehen kann, ist nämlich sehr sportlich. Und dann hier noch so ein Bump-Bet. So ein Bump-Bet liebe ich eigentlich. Weil, okay, zwei Betten nochmal hingestellt. Weil wir hatten das nochmal hier so. Und dann noch eine Version. Und dann diese. Ähm, das da mochte ich nicht so doll. Das wäre ehrlich gesagt auch nur für die Kinder. Aber das sieht auch okay aus. Aber ich wünsche, die hätten vielleicht nochmal so ein Bett gemacht. Weil ich liebe diese Betten so doll. Aber ich denke, von dem Sport-, also von dem Downtown-Park werden wir kein Bett benutzen. Weil die Betten sehen ehrlich gesagt nicht so schön aus. Aber ich mag immer das von dem Model Mansion, weil das sieht wirklich einfach richtig schön modern aus. Machen wir mal hier in die Mitte. Und dann gehen wir nochmal hier schon in den Schränken. Ähm, ich denke, ich nehme das da dahin. So, das sieht schön aus. Sieht schon mal schön aus. Und, äh, ich würde nie empfehlen, nie empfehlen, so ein Bett, so ein Bett zu benutzen. So ein Schrank zu benutzen. Mit so Anhängern, weil es sieht dann richtig komisch aus, wenn du nicht genug Klamotten gefunden hast. Und du nur so drei Klamotten hast. Und da sind noch ganz viele übrig. Deswegen benutzen wir nochmal hier das da. Dann gehen wir nochmal da hin. Das sieht schon mal schön aus. Und dann gucken wir nochmal hier. So, da ist jetzt viel, viel Platz. Okay, dafür irgendwie nicht hier rein. Okay. Okay. Äh, hier. Oh, das ist süß. Jetzt stellen wir das hin. Normalerweise habe ich wenigstens immer vier Klamotten. Vielleicht kann ich davon irgendwie so ein Bildschwachen. Uh, vielleicht kann ich davon nochmal eine Person machen. Hm, hm, hm. Okay, aber hierzu werde ich jetzt diesen Tabby benutzen, weil dazu passt es. Und dann nochmal diesen. Gut. Und dann nochmal da. Oh, das ist süß. Das ist wirklich süß. Aber ich will mir nochmal die Bilder angucken. Ah, das meine ich mit den Rohren. Ja, das ist ein bisschen groß. Sehr, sehr groß. Und dann gibt es noch dieses riesige. Ich habe es versucht mal zu benutzen. Aber ging nicht wirklich. Aber vielleicht kann ich irgendwie so ein Crack hier reinbringen. Seht das okay aus? Okay, jetzt, dass wir da einen Crack haben, benutzen wir unbedingt nochmal ein Spinnex. Ich weiß. Hört sich komisch an. Die Spinnex sind übrigens von diesem. Ah, wo sind die? Spinnex? Wo seid ihr? Die sind übrigens von dem, ähm, Dingsbums. Wie heißt das nochmal? Halloween, äh, Pack. Ja, ich finde die gerade nicht. Aber normalerweise gibt es die. Okay, gut. Also mal schauen. Vielleicht machen wir nochmal hier so, uh, was hin? Wie, wie, wo kommt das denn her? Ähm, okay. Das ist da irgendwie so ein Bild. Okay, Basketball auf dem Basketball. Hm, auch wieder ein bisschen Licht einbringen. Vielleicht so ein Schuh. Hm, hm. Der Schuh ist wirklich süß und schön detailiert. Mann, ist gut gemacht. So, warte, mach ich den erstmal hier. Bapp, bapp. Und ich will hier auch nochmal eine Pflanze machen. Ah, wir haben wieder nicht genug Platz, oder doch? Oh, yay, wir haben genug Platz. Aber ich will nochmal hier gucken. Okay, wir brauchen unbedingt mal eine Uhr. Und, äh, das passt auch nicht rein. Ich liebe immer diese Dinger. Die hatten wir auch nochmal bekommen hier. Das habe ich überall benutzt. Überall hatte ich das Götetama-Ding. Aber dann musste ich mir zur Küche gehen. Praktisch. Hm, vielleicht mache ich einfach... Da, da sind Spinezze, so. Hier, von dem Halloween-Update. Okay, good. Und, ich denke, ich werde einfach nochmal eine Lichterkette benutzen. Weil, warum denn nicht? Warum denn nicht? Äh, mal schauen, mal schauen. Welche Lichterkette? Okay, ich finde die keine. Dann mache ich einfach diese Pompons hin. Die sind eh immer süß. Ach, die Pompons vorher nicht. Die sind eh immer süß. So. Nice. Okay, gut, dann ist hier schon was fertig. Das mag ich schon alles. Einzige Sachen, die hier jetzt nicht aus dem Pack sind, sind jetzt hier, also die Pompons. Äh, und dann noch dadurch benetzt. Aber sonst haben wir hier alles benutzt. Das ist schon mal gut. So, jetzt machen wir hier weiter. Das wird jetzt ein Problem. Weil, es ist was sehr groß. Entweder wir können das so, ich meine, theoretisch, denke ich, sollte ein Haus mal wenigstens vier Zimmer haben. Also wenigstens ein Sugar Booker. Ähm, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Küche und ein Wohnzimmer. Küche und Wohnzimmer kann man ja auch zusammenmixen. Da braucht man nur theoretisch drei. Was ich auch oft mache. Aber, äh, da müsste das Wohnzimmer richtig groß sein und die Küche auch richtig groß. Entweder ich mache jetzt irgendwie noch ein richtig großes, richtig großes Kinderzimmer. Oder ich mache irgendwie so ein Stadium. Ich weiß es nicht. Äh, also ich denke, diesen Ort werde ich nochmal frei machen. Und verbinde die Küche mit dem Wohnzimmer, weil das mache ich sehr oft. Mascha, was haben wir hier? Okay, ah, das sieht auch richtig schön aus. Das sieht auch richtig schön aus. Normalerweise, ähm, die anderen sind auch richtig süß hier. Aber ich mag das ja richtig doll. Okay, Mascha, auch richtig schön. Das sieht irgendwie so cool vintage modern aus gleichzeitig. Hier haben wir eine Kaffeemaschine. Oha, schöne Kaffeemaschine. Ähm, für irgendeinen Grund Popcornmaschine. Oh, Popcorn. Warte, ach, ich schaffe es nicht. Okay, aber sehr interessant. Okay, wir nächsten Mal haben wir das geschafft. Hier ist cool. Oh, noch eine kleine Flasche. Ist das ein Waffeleisen? Oh, ist ein Waffeleisen. Wow. So, also ich gucke nochmal hier beim Essen. Bacon. Die haben Bacon. Oh, das ist auch richtig schön. Ich habe gesehen, früher haben Leute das immer so für Astellik-Kaffee genommen. Das können wir auch mal probieren. So, ich mache jetzt erstmal hier. Was, welchen Tisch? Die Option, die wir haben, ist schwarzer, normaler. Ähm, ich denke, ist das ein Tischtennisplatz? Ich weiß es nicht. Ganz genau. Äh, hier so Box-Dingsbums. Und dann auch richtig, so irgendwie, äh, abstrakt. Ich denke, wir werden mal die Kiste nehmen. Die Kiste sieht cool aus. Die Kiste werden wir benutzen. Und, äh, eigentlich wollte ich, dass die jetzt auf Kisten sitzen. Aber das ist eher ein Tisch. Also benutzen wir dann halt normale Stühle. Ha, okay. Oh, die sehen auch richtig cool aus. Und die haben hier auch noch einen Schreibtisch-Dingsbums. Vielleicht könnte ich das hier irgendwie ein Arbeitszimmer machen. Ich bin mir immer nicht ganz sicher. Und jetzt natürlich muss ich nach Regenbogen sortieren. Immer wenn ich eine Kurve von Farben haben, müssen die Regenbogen sortiert werden. Warte, ich habe es gerade falsch gemacht. Erst grün, dann blau. Ich glaube, ich habe immer blau von grün gemeint. Ich weiß nicht, warum. So geht der Regenbogen, die Leute. So, mal schauen. Ich denke, ich benutze mal hier ein paar Shells. So. Und dann nochmal hier. Okay, gut. Also das sieht schon mal gut aus. Sieht ein bisschen komisch hingestellt, aber geht noch. Wir werden nochmal ein paar Lichter benutzen. Gerade eben haben wir immer noch nur die von dem Downtown benutzt. Downtown Loft. So, das sind auch richtig coole Lichter. Warte, ich mache die jetzt überall hin. Hier sind wirklich schön. Okay, die waren hier nicht sonst hin. So. Aber das sieht wirklich cool aus. Hier nochmal eine Pflanze. Ich denke, wir benutzen mal eine andere vielleicht. Die ist übrigens von den Modern Mansion. Und wir gucken nochmal hier. Vielleicht könnten wir da irgendwas hinstellen wie... Oh, das können wir vielleicht hier mit reinbringen. Oh, Ketchup. So, ich habe jetzt auch erst bemerkt, dass es sowas gibt. Was auch cool ist, von dem anderen Hello Kitty Update. Könnte man einfach hier so ein Basketballchen hinmachen. So, wir gucken aber erstmal weiter. Und jetzt fürs Wohnzimmer. Ich werde einfach mal das da benutzen. Ich weiß nicht warum. Es sieht gut aus. Ich werde es benutzen. Dann mache ich hier ein Beanie Bag. Damit Leute nochmal einen normalen Stuhl haben. Mal schauen. Hier werden wir auch nochmal diese Lichter benutzen. So, bap, bap. Und dann nochmal hier. Und passend dazu werden wir nochmal einen Tablet benutzen. Und zwar diesen. Aber das ist ja kleines Merkmal von diesem. So. Und ich denke mal ein Bild. Vielleicht können wir doch irgendwie die Rohre benutzen. Ich werde nochmal einen Crack hier reinbringen. Ich mag das große Crack ehrlich gesagt nicht. Deswegen werde ich das nicht benutzen. Vielleicht können wir hier nochmal ein paar Shirts hin machen. So, okay. Und dann nochmal da. So, jetzt sieht es doch schon mal gut aus. Wir machen unser Haus hier schön. Mal schauen. Ach, okay. Gut. Aber wir machen nochmal ein paar Sticker hier hin. Ich finde die mal so süß. Die sind jetzt übrigens von dem Hello Kitty Update. Und dann nochmal da von diesem Cutie Update. So. Und dann nochmal vielleicht einen kleinen Tisch. Dazu benutzen wir jetzt mal diesen. Okay, gut. Hier haben wir jetzt wirklich alles nur von dem Downtown Love benutzt. Außer natürlich die Bilder. Aber sonst, das ist schon mal cool. Jetzt sind wir hier drüben. Was soll ich hier rein machen? Ach nein. Ähm, ich weiß. Im Prinzip habe ich hier schon alle Räume. Aber ich weiß nicht, was ich hier rein machen könnte. Äh, ähm, vielleicht. So, äh, ich mache auf jeden Fall nochmal. Die Sache, das was ich unbedingt immer benutzen soll. Ich komme nochmal hier bei den elektronischen. Vielleicht könnte ich. Ah, das ist ein PC. Vielleicht könnte ich irgendwie so ein Gaming Setup machen. Okay, weil wir haben hier nämlich auch noch einen. Und zwar diesen. Ich gucke, ob wir noch einen haben. Wenn, dann können wir wirklich so. Ja, wir können dann vielleicht so machen, als ob es so ein Platz ist zum Gamen, weißt du. Die vier Freunde. Äh, würde gehen. Okay, okay, dann machen wir erstmal hier so einen Platz zum Gamen. Ah, das ist ein schöner Name. So, ich mag immer, dass die hier wirklich auch interessante Sachen reinbringen. So, das ist wirklich schön. Oh, ich habe jetzt erst bemerkt. Das Keyboard ist so neon, so Regenbogen. Oh, wie schön. Oh, das ist cool. Oh, das dreht sich auch hier. Oh, mein Gott, sehr detailliert. So, okay, gut. Dann machen wir unsere kleine Tischchen. Ähm, ist das schön? Nicht mal reden. So, hier. Dann machen wir da hin. Und vielleicht kann diese Person. Ich kann wirklich nicht mehr reden. Person, äh, nochmal vielleicht so ein paar Chips hin. Und dann vielleicht nochmal irgendwie so Ketchup. Einfach so nochmal Ketchup. Das hat doch jede Person auf dem Schreibtisch, oder? Hier mal schauen. Was haben wir dazu nochmal? Ah, vielleicht können wir nochmal so. Oh, wie schön. Und dann brauchen wir noch einen Stuhl. So. Dazu nehmen wir mal, äh, den Schreibtischstuhl. Passend dazu. Und du wirst dann natürlich noch ein paar Bilder bekommen. Wie wäre es mit, äh, diesem Bild? Und dann so ein Riesen-Crack. Wo? So, das sieht jetzt schonmal cool aus. Und dann vielleicht dazu nochmal Teppisch. So, weiter geht's hiermit. Mal schauen. Gab's irgendwelche Tische für den Hello Kitty Update? Ja, und zwar diesen Tisch. Das können wir dafür hinmachen. So. Mal schauen, in welchen Stuhl. Ach, passend. Okay, gut. Nochmal hier. Wow. Man kann sehen, diese Person gibt diesen Charakter dann. Und finden wir noch ein Bild von ihm. Ja, wir können dann vielleicht diese Bilder nochmal reinmachen. Und dann noch vielleicht so ein Tiger. Weiß nicht warum, aber jetzt halt ein Tiger. So, mal schauen. Was machen wir dafür hin? Vielleicht so einen kleinen Star. Und dann, oh, eine kleine Fledermaus. Oh, wie süß. So, jetzt hier nochmal für den Kawaii-Setup. Dafür nehmen wir, mal schauen wir mal, welchen Tisch. Und zwar vielleicht diesen. Ja, der sieht cool aus. Und dann machen wir noch passend dazu. Mal schauen. Ähm, wir gucken mal, wir gucken mal. Vielleicht, vielleicht, ah, hier. Dann so ein Federmäppchen oder einfach ein Mäppchen. Schon mal süß. So einen Tacker. Oder nee, einen Tacker lassen wir mal. Dann vielleicht noch so ein Videospiel. Und natürlich dann nochmal eine Gumbaschine. Weil warum denn nicht? So, oh, dann ist es schon nachts geworden. Ho. So. Welchen Stuhl benutzen wir für dich? Vielleicht diesen. So, also da haben wir das schon mal. Und jetzt mal noch ein Setup. Fast. Oh, das bedeutet schon. Oh, ich habe ein Teppich vergessen. Oh mein Gott. So, hier vielleicht nie das von dem Hello Kitty Update. Ah, die Teppiche hier sind so klein. Okay, da benutzen wir viele von den Regenbögen. Die sehen richtig süß aus. Warte, ist der? Oh mein Gott, der ist falsch rum. Und dann hier nochmal ein kleines Herzchen hin. So, jetzt brauchen wir noch einen Tisch. Guck mal, hier vielleicht so einen richtig goldenen Tisch. Äh, mal schauen. Da, Perfekto. So, und dann nochmal dazu. Oh, vielleicht kann ich hier nochmal ein paar Bilder hinmachen. Ich darf nicht darum dazu zurück. Ähm, vielleicht wir gucken mal mit denen. So, ganz viele Sticker. Einfach überall. Auf der Wand. Warte. So, ich finde das dann mal so ästhetisch. So, also hier nochmal ganz viele. Du darfst leider keine so Sticker haben. Welches benutzen wir für den modernen Mansion? So, vielleicht Bankingbücher. Äh, wie man gut Geld verdient. Plus das Geld, was man von den Bankingbüchern verdient hat. Dann hier nochmal vielleicht noch ein bisschen Gold. Ein Ring. Diamantring. Und dann auch noch hier so richtig rich. Wow. Jetzt brauchen wir nur noch einen Stuhl. Nur noch einen Stuhl. Also schon mal sieht es gut aus. So, wow, die Person ging chill, man. So. Äh, hierzu benutzen wir dann nochmal das da. Aber das, das sieht doch schon mal gut aus, würde ich sagen. Okay, und dann hier, hier kommt dann einfach, keine Ahnung, ganz viele Rohre hin. Weil, warum denn nicht? Ich hab gerade keine Idee. So, mal schauen. Okay. So. Okay, also einfach nur ein großes Rohr. Und dann so. Tada. So, und jetzt im nächsten Video, wenn euch das gefallen hat, schreibt es mal in die Kommentare, ob ich noch ein paar zwei mache, wie ich hier nochmal alles einrichte. Und praktisch. Aber sonst war das schon mal richtig cool. So, Leute. Wir hoffen euch dann unser Video gefallen. Wer das dann nach oben da. Und wir sehen uns dann bald im nächsten Mal. Bis, ihr Lieben. Mua. Ciao. Bye. Bis zum nächsten Mal.